Yo! Hallo und herzlich willkommen bei... Was suchen wir jetzt? Soul Tycoon, oder? Ich würde mal sagen, Soul Tycoon. Und jetzt ist alles auf die Seite. Soul Tycoon ist ganz unten rechts. So! Hallo und herzlich willkommen bei Soul Tycoon. Wir sind alle mit dabei im siebten Glückstag. Was haben wir denn? Yo! Ja! Das gibt Stoff. Das ist super. Herr Renni ist auch da. Peace! Ja, man sieht es auch schon. Aber es ist ein bisschen hoch, oder? Moment Leute, ich muss kurz mit dem Renni ein bisschen runtersteilen. Moment, so. So, so geht das besser. Gut! Willkommen. Viel Spaß bei Soul Tycoon. So, drücken Sie irgendeinen Knopf, den Sie gerne haben wollen. Ah! Okay, sinnvoll. Aber hier ein bisschen Powerade-Werbung. Können wir schon mal noch machen. Offline. Sehr gut. Aber ist sehr gut. Ja, dann gehen wir weiter. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Wir müssen nämlich Tiere füttern, Tierspielzeug, Tiere waschen. Wir müssen einfach alles probieren, was geht. Aber ich glaube, das schaffen wir schon mal. Okay. Weiter geht's. Ah, so. Da sind wir mal. Da sind ein paar Menschen. Deutsche. Ah! Fertun! Haha! Das ist lustig. So, jetzt nehmen wir mal irgendwie die Elefanten füttern. Wenn wir mal ein bisschen abliegen. Und da ist auch noch das. Äh, was nennen wir? Elefant zu Elefant. Also, ich zähle noch was. Hier Elefant. Hier haben Sie Spari. Da werden Tigerchen. Der Tigerchen. Da sind sowas auf. Ja, dieser serpent. Ja, der Shining geht's. Seinen soll eigentlich heisen. Dort sind sie auch nicht links verfließen. Schönen, ich 뺥. Unser da ist einfach Road, wenn ich's%. Das ist das einfach. Das ist schön. Da ist schon windet. Da müssen wir uns noch bleiben. Dass immer noch alles gut wieder quir. Das ist so wunderbar. Wir müssen uns geen. Okay, ne, komm, steig auf, bitte aufsteigen. Na ja, Tiere. Tia soll Tiere ansehen. Okay, Tiere pflegen, oder so. Tiere, unteren Bewege, nein. Hütten, sich. Ne, das ist nicht. Ne, das ist, das ist, das müssen wir noch machen. Also, Gehege. Gehegeinstände. Tierpflege, hier, wow. Bauen, ja gut. Fisch, Früchte, Fleisch, Gemüse. Steiner spülen. Äh, Fleisch. Jawoll, seht ihr das? Hab's geschafft. So, äh, jetzt müssen wir das mal angucken. Tiere? Nein. Gehegeinstände. Extras. Extras bauen. Gehegeinstände. Ja, das ist ja. Freizeit. Klettern. Kratzbäume. Pflanzen, Becken. Kann ich nicht. Kletterbäck. Kletterbäck. Kletterdingsbombs hier. Ähm. Dschungel. Dschungel ist gut. Dschungel, Dschungel, Dschungel ist gut. Jawoll. Dschungel, Dschungel ist gut. Weiter. So. Next. Ein bisschen rüber. Rein gucken. Gegenstände. Instra-frag. Nein, 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 nein. Stopp. Du, 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 du. Jetzt sind wir gerade zu gut dran. So. Äh. Gegenstände. Interaction. Okay. Klauchen, bauen. Schütttern. Schlauch. Schlauch. Schlauch ist geil. Machen wir ein bisschen Schlauch hier. Schlauch ist gut. Ah. Kann man jetzt da drauf feuern? Tiere waschen? Ich glaube ich spinne. Yeah. Ich kann mein Tier waschen. Scheiße, ist das geil. Ah. Ja. Meine Leute. Geil. Ah. Ja. Wheeee. Hahaha. Und ich sauge so. Ääääääääääh. Pssss. Hehehe. Yeah. The water made you high. Ja, na super super. Da hast du Spaß dran. Ja. Ja geht dir. Was hört sich? Ohhh. Heheh. Das gehört sich. Hahaha. Okay. Super. Alle kleinen Freude. Ja. Freut mich für dich. So, diese anderen Dings hier Wow, ich hab mein Vieh gewaschen So, was ist das hier? Das kann man mit dem machen Guck mal her So, da ist auch zum Essen, hab ich auch hingefallert Ja, fangen wir mal weiter, dafür machen wir mal irgendwas uns selber Ne, ne, warte, wir holen mal einen neuen Buggy Achtung, Buggy, äh, hier Ja klar, ja wir machen heute Fully Action bei Zutalkul Wuuu Andere Tiere suchen , weimk Päin Da Na Na Pa, und Fangen Fangen Das war's. Oh, es ist ja, man. Stranke aber ein anpassen, verbessern Preis. Repräsieren ist immer gut. Umbenennen. Ja umbenennen, Brutzi 20 Mann. Brutzi 20! Brutzi 20! Brutzi 20! Brutzi 20! Brutzi 20 Stand Brutzi 20 Stand natürlich, eingeben. Jaja, da ist es Brutzi 20 Stand. Anpassen. Bräume Ne, da brauchen wir nix. Aber schön, dass wir da waren. Ehhh,抱ige? Er überrascht ihn bei dir. Ne, er überrascht ihn schon. Ach komm schon. Ah, er überrascht ihn bei dir. Natürlich! Gunner zu ihre. Da ist ein Peer! Hui! Ich hab's hier. Die Welt... Ne, was? Gegenstände. Hier Pflege. Bauen. Ich... Der kriegt noch Gebüse. Nein. Was hab ich jetzt gemacht? Ein besonderes. Ah ja. So, das haben wir gebaut. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Schauen wir hier auch was. Hier... Extras. Ein damit. Und... Freizeit gerissen. Quarz bauen. Lunchbacken! Geil! Aha. Foto! 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 Ah! Sehr gut! Noch eins! No way! Yeah! Zeig mir deinen Arsch! Yeah! Poste! Poesiere für mich! Okay! Das war so ein Kratzbaum. Okay? So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen... Äh... Hier? Ne. Das ist irgendwo. Super. Also müssen wir hier noch ein bisschen rüber. So. Müssen wir noch ein extra einbauen. So. Ja. Die Inspection. Aha. Oh. Füttern. Oh! Guck mal! Ich mutiere jetzt. Da! Füttern! Yes! Da! Füttern! Yes! Come on! Da kann man jetzt füttern. Gut. Ehm. Würde man sagen... Ich bin hier dran. Hm! Woh? Was ist das? Ja. Hier haben wir Teater. Ich kann mich auch machen. Oh, nice to meet you Pärchen! Und hier hinten noch ein. Wow! Nice to meet you. Hello! So. Okay. Okay, wir müssen jetzt irgendwo noch einen Zoo Tycoon aufbauen, bauen wir irgendwas, Gehege oder irgendwas, da bauen wir was auf, oder? So, und da setzen wir ein Tierchen rein, Tiere adoptieren, was nehmen wir, Antilope Beeren, Elefanten, Fluss, Pferde, Giraffen, Löwen, komm, wir nehmen so ein Pellerpferd hier, naja, komm schon, mit dem Prieger, also, das geht jetzt ein bisschen, da müsste jetzt ein Helikopeter kommen, in zwei Sekunden, wo ist jetzt der Punkt? Hä? Ich hab doch den hier, äh, die Gefälle gegeben, hier, äh, ein Tier zu adoptieren. Kann man hier keine Tiere draufpacken, Moment, so, ja, ja, das ist ein Feuer, äh, okay. Hallo, hier kommt der Helikopeter. Ah, nice to meet you. So, gehen wir mal zurück hier. So, gehen wir mal zurück hier. Come on! Was ist der? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Was fällt? Hallo? Hä? Ja nix. So, hier. Geil. So, jetzt erstmal füttern hier. Oder Foto machen, was auch immer. Füttern! Tiere? Nein, 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 falsch. Ich stecke in die Stände. Tierpflege. Und hier einmal drauf bauen. Was ist noch mehr? Gemüse. Ja, Gemüse. Dann bekommst du Gemüse hier. Gucken wir mal das Gemüsische an. So, hier ist Gemüse. Gehen wir zwei Schritte nach drüben. Dann machen wir dasselbe in grün. Äh, hier jetzt was. Da, 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 ähm. Da ist jetzt das. Moment, dass wir hier... Nee, ich bin so... Was? Der war, der war doch jetzt da. Okay, okay, machen wir weiter, machen wir weiter. Äh, das dritte noch. Sehr gut. Das ist jetzt hier ein Spielparadies für den Bäder. Noch immer. Zur Gegenstände... Engst von Striction... Hier. Goop, 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 goop... Goop, goop, goop. Super... Da, komm! Fresszy, fresszy! Oh, komm! Da kommt, da kommt! Komm, komm! Komm! Hier, wir! Komm, du wilde Rostpferd! Oh Gott, man von Dir! Yeah! Poser für mich! Geil! Oh mein Arsch! Kein Arsch! Yeaaaaaah! Okay, wir gehen mal hier, woher sei denn? Wo bin ich denn da jetzt hin? Komm doch mal buggen! Einsteigen bitte, die Reise beginn! Alle zufrieden hier, die Tierchen, alles klar! Ah, zum Spielen, da sind alle da! Ja, ich würde mal sagen, wir haben alle Aufgaben erledigt, wir werden gewaschen und gefüttert Was sollen wir noch? Was sollen wir noch? Was sollen wir noch die Giraffe einstellen? Wir fanden mich so müde, man! So, stellen wir noch eine Giraffe ein, hier! Ich bin eine Giraffe, eine Giraffe im Elefantenstädel! Komm, machen wir noch ein Giraffenland! Nein, 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 nein! Hoch! Und hier, ich will ein, irgendwas! Irgendwas, okay! Hier, nochmal hier, da! Ich bin eine Giraffe im Elefantenstädel! So, äh... Jetzt ist es für ein Profi! Ich bin eine Giraffe! Eine Giraffe im Elefantenstädel! Adoptiere... Giraffe... Darf man mal so eine Giraffe haben? Ja, das sieht gut aus! Hä? Zu teuer? Sind Giraffen zu teuer? Seid ihr zu teuer? Da! Oh, jetzt kommt die Giraffe hier hin! Oh mein Gott! Die Giraffe zu den Elefanten! Ist ja geil! Haben wir noch als Spielkameraden hier! Was?! Kann man nicht zu den Elefanten reinzwirbeln? Ist ja geil! Ja, aber wo habe ich denn noch Platz für Giraffen? Hier vielleicht! Nee, ich will... Nee, Giraffe! Giraffe! Na komm! Mach einfach mal hier! 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 Auf geht's! Oh! Das ist so cool! Oh! Hanging is over here! Gut! So! Jetzt hier! Giraffe! Ein! Tier adaptation! So! Giraffe! Garry! Shoot! Das Meier! Ja! Mach mal! Ich habe nicht genug Geld! Man! Okay! Liebe Freunde! Nächstes Mal kaufen wir eine Giraffe! Wenn wir alles haben! Weg von Soteco! Und wir suchen jetzt hier den Start-Ding! Und wir gehen jetzt noch einmal durch den Park! Schauen uns um! Vielleicht müssen wir noch was tun! Wir gehen durch den Dungeon! Oh! Alles gut! Musik ist auf dem Start! Sehr gut! Okay! Gut! Da ist gut da! Kommen wir da! Gäse! 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 Die Pappen sind auf zu Bregen! Fairbark! Ja, warte, warte, warte. Da war es nicht so. Aber. Da war es nicht so. Da ist es! Das ist so... Nein, das ist auch nicht da. Das ist Elefanten hier dabei. Ja, meine lieben Freunde. Einheitstrophäen geben ich doch noch auf der Erde. Hä? Ich würde mal sagen, hier... Nachlenden oder so. Ah... Hey, Tschüss! Ha, 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 ha! Pilgerer! Ich gehe gerade zum Drachen los. Jetzt gehen wir noch weiter. Ja, jetzt irgendwas ist abgelaufen hier. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Mal gucken, ob dann... Ob ich was bekomme, oder? Was passiert jetzt? Ja, der Steckersteifel! Also, hey! Leute, Leute! Gut, tschau, macht's gut! Ich habe also alles getan, was in meiner Macht stand. Also, nee! Ha! Tschüss! Das lasse ich mir nichts gefallen. Nein, nein, nein. Tschau, tschau! Wo ist hier mein, mein... Hallo? Tschüss! Tschüss! Tschüss!